Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Ich wollte heute einfach mal diese wunderschöne Kulisse nutzen, um euch ganz tolle Neuigkeiten heute mitzuteilen. Und zwar weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo ich einfach... Also zu Punkt 1 möchte ich erstmal eigentlich mit euch mein 10-jähriges feiern. Wir haben 10 Jahre YouTube, also in den nächsten 2 Tagen eigentlich, aber ich denke, das kann man jetzt schon feiern. Und ich bin mega glücklich, dass ich das heftig seit 10 Jahren mache und schön, dass einige seit Jahren treu dabei sind und mir von Anfang an folgen und immer noch herzlich dabei sind und gerne kommentieren und gucken und alles drum und dran. Und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Einige unter euch... Ich fühle mich gerade wie eine Nachrichtensprecherin. Einige unter euch spekulieren und sagen, da ist doch was im Busch, du bist doch bestimmt schwanger. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, aber... Ja, ich bin schwanger! Ich weiß gar nicht, wie ich mich weiter freuen soll. Ich habe das jetzt versucht, so lange geheim zu halten. Und es ist so sauschwierig gewesen. Ich musste das ja leider geheim halten, weil... Ja, die Frist einfach noch nicht um ist, wo man so denkt, okay, jetzt kann ich es einigen mitteilen, weil wenn es zu früh ist, dann ist es zu früh. Ja, ich bin schwanger, mittlerweile im vierten Monat. Wir sind familiär überglücklich und ja, Hamza bekommt ein Geschwisterchen. Wir wissen noch nicht, was es wird, aber auf jeden Fall haben wir hier ein Babybomb und... Oder ein Fettbomb. Kann ich jetzt noch gar nicht sagen, aber auf jeden Fall ist da was im Busch. Und wir freuen uns wirklich sehr. Ich hoffe, ihr freut euch mit uns zusammen. Falls ihr mir auf Instagram nicht folgt, dort lade ich jetzt natürlich demnächst ein Babybärchlein hoch. Also da ist schon auf jeden Fall was da. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mich dann weiter verfolgt und wir eine riesen Family zusammen werden. Und herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ich hoffe, ihr freut euch mit uns. Und ja, dann würde ich sagen, Esmer müsste jetzt wahrscheinlich diese Tölle Neuigkeit verdauen. Und dann sehen wir uns. Ich freue mich auch bei euch. Dann würde ich sagen, bis Mittwoch. Tschüss. Tschüss. Gelsene. Gidiotan. Evet, bir şey tehlikesi geçirdim. Düşme tehlikesi. O yüzden öyle. Allah kısma ederse ikinci bebeğimiz de geliyor. Biz bunu uzun zamandır biliyorduk zaten ama sizlerle daha yeni paylaşıyoruz. Hepinize saygıyla selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Teşekkürler. Und des bowels allen Tschüss. Sicher nicht im disasters. We can one time in diesem07- Believe.